Seid mir gegrüßt, willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal wieder um meine geliebten Point-and-Click-Adventure. Ich habe euch wieder fünf Stück mitgebracht, von denen ich der Überzeugung bin, dass die wirklich gut sind. Anc. Aus dem Jahre 2005 entwickelt von Deck 13 ein echtes Sommerspiel. Viel gute Laune, viel Sonne, wenig Rätsel bzw. wenig schwere Rätsel, auch keine besonders lange Spielzeit, dafür kurzweiligen Slapstick-Humor, der auch heute noch ganz gut unterhält. Wir haben hier einen jungen Mann namens Asil, der im alten Ägypten lebt und nach einer durchzechten Nacht von einem Fluch befallen wird. Wir sind dieser Asil und müssen nun diesen Fluch aufheben. Dazu gilt es, den hiesigen Pharao ausfändig zu machen. Dass das nicht so einfach ist, das könnt ihr euch vorstellen und mit vielen skurrilen Charakteren garniert. Und wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass in der deutschen Version von Anc. Asil von Oliver Rohrbeck gesprochen wird. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Der ist unter anderem die Synchronstimme von Ben Stiller oder Justus Jonas in den drei Fragezeichen. Grandiose Stimme und er trägt natürlich dieses Spiel mit, zumindest für mich als Drei-Fragezeichen-Fan war das jedes Mal ein Hochgenuss. Auch wenn ich mit der Stimme eher Justus Jonas verbinde, fand ich es sehr angenehm, Olivers Stimme an der Stelle zu hören. Anc ist ein tolles Spiel, ich kann es nur empfehlen, wenn man neu in dem Sektor ist und mal Lust hat auf ein eher traditionelles Point-and-Click-Adventure, was aber tatsächlich nicht besonders schwer ist. Die Spielzeit beträgt etwa 6-7 Stunden und wer dann aber immer noch nicht genug bekommt, der kann sich direkt mit Teil 2 und Teil 3 beschäftigen. Die sind auf ähnlich hohem Niveau, auch hier spricht wieder Oliver die Stimme und sie sind auch heute noch gut spielbar. Zumindest habe ich meine Version von GOG, also Good Old Games erworben, ist jetzt keine Werbung, ich habe dafür Geld bezahlt. Die laufen ganz hervorragend auf jeglichen Systemen und ja, absolute Empfehlung meinerseits. Maniac Menschen aus dem Jahre 1987 von Lucasfilm Games entwickelt. Wenn man Menschen fragt, nach ihren Lieblings-Point-and-Click-Adventure, dann würden wahrscheinlich die meisten entweder einen Teil der Monkey Island-Reihe angeben oder Day of the Tentacle, was auch Maniac Mansion 2 ist. Oder eben Maniac Mansion, selbst ein echter Klassiker und ein Spiel, was mich wahnsinnig geprägt hat, sowohl meinen Spielegeschmack als auch meinen Fable für Horrorästhetik. Ich habe es aber nicht auf dem C64 gespielt, sondern auf dem NES, also dem Nintendo Entertainment System, was vielleicht nicht die idealste Plattform ist, um dieses Spiel zu erleben. Es fing ja schon bei der Steuerung an, also die Scum Engine, so toll sie war, hat natürlich auch viel Fingerspitzengefühl erfordert und man musste immer mit dem Cursor von A nach B und so weiter. Ihr wisst, wie es ist. Aber es hat irgendwie geklappt und ich hatte riesigen Spaß damit, auch wenn ich meiner Erinnerung nach nie besonders weit gekommen bin. Maniac Mansion habe ich auf diese Liste gewählt, weil ich sehr starke Erinnerungen an die ersten Momente in dem Spiel habe und ganz oft noch an, vor allen Dingen an das Intro denken muss. Wenn die Jugendlichen sich auf den Weg machen, die Fußmatte mit dem Schlüssel, das erste Mal in die Küche zu gehen, dann die Mikrowelle zu sehen und dieses Meme habe ich natürlich direkt vor Augen. Hamster in Mikrowelle und so weiter. Maniac Mansion gehört auf so eine Liste. Es ist einfach ein Klassiker, der auch an mir nicht vorbeigegangen ist, beziehungsweise der auch bei mir Spuren hinterlassen hat. Und wer dieses Spiel noch nicht gespielt hat, der sollte das tun. Das ist Videospiel, Geschichte und ich würde fast behaupten, ein zeitloser Klassiker. Seville von den Realmforge Studios aus dem Jahre 2008. Das war deren erstes und einziges Adventure Game, was ich sehr bedauere, denn Seville ist fantastisch geworden. Wir spielen Seville einen kleinen bösen König, der tyrannisch über sein Königreich herrscht. Doch er hat nicht mit seinem Berater gerechnet, der noch böser ist als er selbst und es schafft, das Volk zu mobilisieren, um Seville von seinem Thron zu stoßen. Das Spiel spielt in einem fiktiven Märchenreich und bedient sich allerlei Klischees und nimmt diese auf die Schippe. Seville ist einfach ein super cooler Charakter, finde ich. Er ist zynisch, er ist witzig, manchmal ein bisschen stumpf. Aber das gefällt mir persönlich sehr gut. Manchmal denkt man sich schon, wow, das ist echt ein böser kleiner Mann. Aber dass er jetzt nicht das Urböse ist, das wird natürlich auch deutlich und hervorgeholt durch ein kleines Mädchen namens Lily. Mit der tun wir uns zusammen. Die spielen wir auch ab und zu einmal und machen uns auf den Weg, unseren Thron wiederzuerlangen. Insgesamt ist das Spiel sowieso recht abwechslungsreich gehalten. Sei es jetzt Perspektivwechsel, indem wir die Lily spielen oder aber auch Ambrosius, den Paladin, der Seville zur Strecke bringen will, der so ein bisschen trottelig ist. Sehr amüsant. Wir haben unterschiedliche Locations, wir bereisen das ganze Königreich, wir haben sick Anspielungen auf Fantasy, auf Popkultur und das ist wirklich ein wunderschöner Mix, der für mich absolut funktioniert und den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Moment of Silence aus dem Jahre 2004. Entwickler ist House of Tales. Die haben unter anderem später das großartige 15 Days gemacht, aber mit Moment of Silence haben sie tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsadventure geschaffen. Man könnte sagen, wir haben hier ein Orwellisches Adventure. Wir spielen Peter Wright, der ja nach dem Tod seiner Frau ziemlich depressiv in seiner Wohnung ist, aber eines Tages schaut er aus seinem Türspion und sieht, wie sein Nachbar von der Polizei auf ziemlich rabiate Art und Weise verhaftet wird. Ziemlich dramatisch und so beginnen wir zu ermitteln und das führt uns ja durch düstere Szenarien mit düsteren Themen. Ich will hier überhaupt nicht zu viel verraten, weil das Spiel lohnt sich absolut, das nochmal zu spielen, auch weil die Vertonung so großartig ist. Die visuelle Darstellung, zugegeben, ist vielleicht nicht die beste vom Alterungsprozess her, aber die Stimme von Manfred Lehmann, ja Bruce Willis. Komm Teddy, hier kannst du nicht liegen bleiben, ich bring dich zurück zu deinem Besitzer. Hier als Hauptprotagonisten zu hören, da verzeihe ich auch mal die etwas in die Jahre gekommene 3D-Grafik, ist halt das Problem, wenn man kein Comic-Adventure macht. In seiner Zeit war es ziemlich beliebt, ich glaube aber, dass dieser Titel so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und das zu Unrecht, wenn ihr noch nicht gespielt habt und auf düstere, erwachsenere Geschichten steht, dann ist das auf jeden Fall euer Titel. Ich will den Hut. Nein. Ich will die Peitsche. Nein. Dann wenigstens den schwarzen BH, den Amanda anprobiert hatte. Jack Keen von Deck 13 aus dem Jahre 2008. Ein Spiel für Freunde von Comic-Adventuren. Also, wir hatten vorhin Ankh auch von Deck 13 gemacht, das war schon super. Jack Keen ist für mich ein Adventure-Meisterwerk, denn alle Leute, die mit Monkey Island was anfangen können, die können auch mit Jack Keen was anfangen. Behaupte ich jetzt etwas polemisch, ob das so stimmt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber Jack Keen atmet die Atmosphäre eines Monkey Islands. Wir spielen den namensgebenden Jack Keen, der ist eine Mischung aus Skybrush 3-Board und Indiana Jones. Irgendwas dazwischen wird gesprochen vom grandiosen David Nathan, man kennt ihn unter anderem als Synchronstimme von Johnny Depp. Fantastisch. Es ist eine skurrile Geschichte gegeben. Jack Keen ist Schiffskapitän, wird von Schmugglern gejagt und da beginnt das Abenteuer. Wir flüchten vor den Schmugglern und geraten in eine Weltrettungsmission bzw. in eine England-Rettungsmission. Denn das Empire wird bedroht von tiefressenden Pflanzen, die ein verrückter Wissenschaftler entwickelt hat. Und ja, ihr merkt schon, in welche Richtung dieses Spiel geht. Es ist ziemlich abgedreht, ziemlich lustig, verschroben. Wir haben hier durchaus auch mal knackige Rätsel, die aber immer machbar sind. Das Schöne dabei ist, wir haben nicht nur einen Weg, mit dem wir dieses Spiel lösen. Hier hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Lösungswege einzuschlagen und Jack Keen ist echt ein Umfang-Monster. Also für eine Adventure unwahrscheinlich viel drin. Alles wird kommentiert, alles hat Sound-Samples und es ist einfach ein wunderbares Spiel. Leider ist der zweite Teil, meinem Empfinden nach, gar nicht mal so gut. Da hat man angefangen mit der Steuerung, die man geändert hat. Man hat so eine WSD-Steuerung eingeführt, wie bei Monkey Island 4 beispielsweise. Und auch so hat das Ganze nicht wirklich gezündet. Aber lasst uns nicht auf so einer schlechten Note enden. Ich möchte hier nochmal meine absolute Empfehlung aussprechen für Jack Keen 1. Ein Adventure, das nicht vergessen werden darf und absolut gespielt werden sollte. Schon bei T-Bay verkauft. Och, verdammt. Und das waren fünf weitere Top-Point-and-Click-Adventure. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Oder, wenn auch nicht getan, abonniert diesen Kanal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was sind eure Lieblings-Point-and-Click-Adventure. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was mich noch inspiriert und was ich vielleicht mal nachholen sollte. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik